Ich hab mir vorhin noch mal die Zeichnung im Runenbuch angeschaut. Und? Magdas Armband. Ein Kompass. Diese Kugel von Daria. Die Kristalle im geheimen Vorratslager. Ja, die hängen alle irgendwie zusammen. Irgendwas verbindet sie. Vielleicht dieses seltsame Leuchten wie beim Armband. Ja, aber wozu das alles? Und woher kommen diese Gegenstände überhaupt? Costa hat doch das Runenbuch beim Schloss gefunden. Vielleicht steckt der Baron dahinter. Ja, der hat auch lose Seiten aus dem Buch. Vielleicht hält der uns irgendwie im Wald gefangen.